Ein super Vor-Aussprechen, die sollen auch erwähnt werden, denn die stehen dem Organisationskomitee mit dem zweiten Platz in Wangshu in China, bei den Asien-Championships, bei den Asien-Meisterschaften, also hat er auch immer wieder aufhorchen lassen, super Ballwechsel, Zero-Check besiegt, mit 4 zu 2, dann den Zanzo, Spitze, Katsuhiro, gar nicht ins Spiel kommen. Das war gefährlich. Spielt einen klugen E-Dieser Hausschei. Er entscheidet sich für eine lange Aufschlagvariante. Ja, ja, bam in diesem dritten Satz, doch gute Aufschlagvarianten, Servicevariantik. Olympiasieger hat Satz 2 überraschend verloren, das wir hier ja live gesehen haben gegen den Japaner Kent. Beide Acht. Vorne, top! Zwei. So, und jetzt. Guter Aufschlag, gut. Am anderen Tisch führt. Canchique wieder in Setzen, hat den dritten durch. Ins Halbfinale. Gegen Canchique gehen kann. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn! Da noch zwei. Drei Matchbälle. Drei Matchbälle. Zu diesem glatten 4 zu 0 Sieg gegen den Japaner Jankatsuhiro.